Am allerschönsten ist es natürlich, wenn man persönlich bestätigt wird in dem, dass man seine Arbeit gut getan hat und dass man wirklich helfen konnte. Der große Vorteil natürlich bei der Stadt ist, dass man hier eine gute Perspektive hat und eine sichere Zukunft. Wenn die Eltern rausgehen und sind zufrieden und sich bedanken, bin ich auch zufrieden. Was mich immer sehr an dem Beruf reizt, das ist halt was zu bauen und dann auch was zu gestalten zu können und dann am Ende des Tages auch zu sehen, was man dann da gemacht hat und was dann auch ein bisschen Dauerhaftigkeit hat. Wir bekommen sehr viele Fortbildungen. Wir haben sehr viele technische Hilfsmittel. Ich sage mal sehr unterstützende Arbeitsgeber, ja. Wann kommt man schon mal 500 Meter in so einen Straßenbahntunnel, wenn auch die Bahn noch in Betrieb ist? Dass man eben am Puls der Zeit ist, dass man auch vordenken kann, dass man Dinge auf den Weg bringen kann. Bis zum nächsten Mal. nein